meine damen und herren willkommen zur gta online talent show 2017 2.0 so mit dabei sind diese leute meine kandidaten und ja sie schießen kräftig mit leuchtpistolen die feiern diesen abend den abend der 15 beginnt wer ist dabei ich bin dabei zufälligerweise so lkw ist aber ich war mir lecker mit gar nein luka was passiert so luka ein back user war da und neid als zuschauer und rochenbogen der kommt noch gleich dazu aber ja so da fangen wir mal nicht bitte mal alle kandidaten auf die bühne zu kommen überhaupt mensch andere kreaturen oder waschbär und das ist schon wie die polizei ach so wie habt ihr damit gleich bist du kommt da kommt die künftige künftige bühne wieder läuft so sehr das sind die heutigen kandidaten in der show sind natürlich live auf twitch die manchen on air acht zuschauer sind katar hallo an euch acht und ja sind diese ganzen leute da ist das so nice okay so dann begeben sie sich bitte auf die plätze und die ersten fangen an so natürlich die ich kann ohne ist ich brauche bei den wenigen leuten keine abstimmung zu machen aber ja so ich begebe mich jetzt auch mal auf die zuschauer tribünen machte warte also ich habe gehört sich die kritis ist da noch passen sie bitte heute auf was passiert man sich betreut um das ganze gebäude dass auch keine anstehe gekommen dass keine waschwein frisch werden alles klar mann ok fangen sie bitte mit der show an ich jungen black hole wir ja egal könntest du einmal kurz eingeschlossen machen das brauchen wir für die show ja der korn bleibt stehen dort zu verwalten ob ich bitte wieder hin lkw genau geht es hätte die machen also jetzt schon was das hätte machen heute wir haben schon nicht bei bei der ersten gta stadt talent show genannt wird er wohl nur so ich war moderator jury mitglied opfer und und auch was hast du an ja ist an so fangen sie bitte schon von der mcke aber natürlich machen wir mit der kamera warte mit noch mal die kann man so noch mal letzte mal die blickung das so mein damen und heim das war auftritt von nitzka und black hole das mein damen und heim das ist so gehen sie sich wieder auf die sitzplätze weiter geht es mit dem nächsten kandidat oder nächsten kandidatin keiner kommt am ende erst am ende ok da muss jetzt auch der kursche weg deswegen bekommt der kohle und sogar bekommen die julia urteil jetzt schon da machen wir es halt so ich fand der auftritt war sehr kreativ bitte begeben sie sich weiter auf die bühne so sehr ich fand sie ihren auftritt sehr kreativ sehr einzigartig keine mittelfinger aber ja ein problem gibt es er sieht aus wie ein der clowns operator aus rainbows und sie tragen eigenwerkung auf ihrer klamotten ihre kann ja das kann einfach so nicht weitergehen warte 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 ja zu spät die jury im chat drei punkte von 10 oder so was sagt die jury weiter oder nicht weiter ich brauchen ja oder nein machen wir so weiter ok einmal nein er keine punkte macht einfach ja oder nein ja ok beide sind jetzt draußen derzeit zu sagen nein ok ja 5 zu 0 so die beiden keinen daten begeben sie sich bitte oder beziehungsweise keine kandidaten eindruck kein daten leider selbst in luft gesprengt so die nächsten bitte könnte dann noch einen kopfschuss haben wenn ich schreib wird gebannt und sagt das blackout so den nächsten begeben sich bitte auf die bühne oder der nächste bitte sprechen sie sich ab ok so herr rochenbogen was ist ihr talent wo haben wir ein talent ein moment so fangen sie bitte mit ihm so fangen sie bitte mit ihm so wird 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 ich hab gehört sie wurden festgenommen von der polizei ich krieg wohl Weichpuppe ich krieg wohl Weichpuppe ich krieg wohl Weichpuppe ok was sagt jetzt die jury ich tendiere zu nein weil er ein krimineller ist und von der polizei gejagt wurde ich finde das nein was sagt die jury hier im spiel was ein doch ich sag ja 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 weiter geht zwei nein nein weiter geil weiter zu hundert prozent wie viel sagen jetzt weiter so 1 2 3 3 4 nur noch 4 gegen 1 2 2 2 ok mit 3 ok dann ist er weiter herr rochenbogen sie sind weiter begeben sie sich bitte in den winner launch dies hier so der nächste bitte ich habe gehört heute gibt es besuch von oben nein sami du bist nicht dran das erstmal war der gut dran der hat sich freiwillig erklärt du bist dann da kann ich nicht hinsehen bitte fangen sie an mit ihr talent sind sie aber da wo was würden sie sagen also das war ein sehr gewachsenes sprung in diesem blutfleck ja 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 also und er hätte es nicht besser machen können ein paar brüche und so also ich tendiere zu ja was ist weiter 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 aber die special effects des feuer es müsste ja alles nicht weiter ok da alle sagen weiter und das schluck auf nö weitere ok weil der ruhe ist jetzt somit weiter begeben sie sich bitte auch jetzt mal wieder launch wo ich auch wochenbogen wochenbogen so der nächste bitte wieder hin wochenbogen so meine damen und kern hier sehen sie sami hat das pferd bitte ein so viel talent gehört auch dazu da steht einfach nur hier offenbogen gehen ab runter ich bin jetzt dran hallo ich bin samia und mein talent ist das hier in den kreis auf den boden fallen zu lassen ne 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 ein bisschen warten so viel kritisch immer hier wegen black hole den selbstvertretten ich bin jetzt an meine zuschauer achtet mein talent nein er zwei lebt trotzdem finde ich sie sich in die luft zu springen ist kein talent deswegen tendiere ich auch zu meinen so was sagt der chat so lecker sagt nein okay haben jetzt raus so etwa die ok für ein jahr von lkw die kraft gibt neun von elf punkten weiter weil die sagt zu einem neuen welt herrlich sind das steht zum chat aber das ist ja das stimmt aber trotzdem sagen die meisten jahr die lose launch ist da wo auch immer du kannst ich meine so okay herr samir sie sind nicht weiter bitte der nächste der herr lkw ist noch dran soweit ich weiß und der herr pause oder das hat aus der nacht im soweit leise ist ja nur zuschauer so man wird sie sind erst mal kommt jetzt lkw bitte lkw blieben sie sich bitte auf die bühne da kommt du sagst wassperrchen so herr lkw was ihr talent wo ich kütis heute und starten meint hat er nicht helmut hat gesagt die nächste sprengt sich auch fangen sie an mit ihrem talent die leute bei rkw sind sehr ungeduldig ich weiß was kommt ich habe ja ich würde ich definitiv sagen nein weil das einfach kein talent das hat manchmal geklappt soja gut man darf sich nicht selber nein ja geben so lucas einzige der ja sagt sie doch zum schränken nein ja aber damit hat er nicht schlecht angefangen und stark nachgelassen ok nein ok dann damit sich auch aus herr lkw jetzt wird der herr wassperrchen sind sie sind dran sie brauchen natürlich eine extra wurst deswegen mussten sie von hinten anfangen so herr wassperrchen kommen sie bitte das war sein talent was ich gesagt wenn du angefangen hast okay weiter oder nicht weiter allein deswegen weiß niemand erwartet hat doch ich würde sagen weiter ja so wunderschön weiter mein talent war dann tausendmal besser er hatte gutes effekt mit dem ende und jetzt gut sein tod nachgemacht ich habe die billigsten an der hand das war die abgiftung deutsch das weiß ich so gemacht der lkw so ausgemacht ja auch wochenbogens auto im amt weil er hat nicht nur dort zu besuchen ist der jenzen dann weiter dann sitzt er darf sie auch weiter wir können zwar sprechen als er so weiter oder gibt es noch irgendwelche einwände ja so als er das war sprechen ist jetzt weiter so wer ist jetzt weiter bitte alle die weiter sind auch auf die bühne ja der waschmann bei der husen stark favoriten das stimmt so wer ist noch weiter herr rochenbogen ist glaube ich noch weiter und nein rochenbogen war doch auch noch mal weiter der herr rochenbogen war noch weiter sonst niemand oder ach so rochenbogen ist nicht in der party warum kriegst du wicke wich haben wir darauf zu können sonst liegt voraus ok da ist das noch zuschauer sonst wer wer ist noch weiter gekommen niemanden ich nein es nicht so als schlecht ist daraus gekommen so dann lassen unsere drei finalisten sie werden jetzt noch einen auftritt vollziehen und dann wird abgestimmt mit ein voting mit 33 leute beim voting machen warte können mal gleich ein voting machen na gut machen wir gleich so ich bitte die drei finalisten sich bereits machen für den letzten auftritt ich bitte auch die anderen teilnehmer und alle wieder zur position zu kommen und ich bitte auch die zuschauer die sternen los zu werden sobald sie fertig sind mit der vorbereitungsphase würde es dann weiter gehen und dann fangen wir an mit rochenbogen so wenn sich dann die anderen teilnehmer so bei der anderen kandidaten fertig sind würde ich sie bitten die bühne zu verlassen die vorbereitungszeit geht noch fünf vier drei zwei eins so bitte gehen sie weg von der bühne dann fern sie sich langsam so bitte herr offenbogen fangen sie an mit dem talent geht das meine damen und herren soll eine schnelle abfolge von handbewegungen sein kann man nicht stehen okay das reicht mir das genügt mir schon wir werden erst am Ende erst am Ende wird abgestimmt wer weiterkommt und wer nicht er steht auch er steht auch sehr den meisten er ist warum beginnt er die ganze zeit selbstmord ähm nein es muss jetzt gehen bis dann nicer ich danke fürs dabei sein und viel glück bei deiner arbeit hat mir gerade geschrieben äh so rockenbogen bitte gehen sie von der bühne runter sie sind erst mal pausiert so weiter geht's mit den waschbällchen kommen sie bitte was sprechen ich habe nein so ein moment bevor sie anfangen ich habe gestimmt wird es am ende so liebes versprechen fangen sie bitte mit ihrem aufzuhören der knagge so viel feuer so abgestimmt wird erst am ende jetzt der dritte kandidat und der letzte bitte auf die bühne begeben sind jetzt dran ach so war es ihr feuer herr war da gut also bereiten sie sich dann auf das nützlichste vor für ihren auftritt tut mir leid wenn die special effects wechselt na gut so der herr war der hub piste auf die kühle sind wir jetzt fertig mit vorbereiten geht mal bitte alle weg von der kamera so bin ich ok dann fangen sie bitte mit der show an bohle kaleele bohlelele bohle kaleele bohlelele das meine damen und herren war bei der hut wahrscheinlich gibt es noch einen selbstattentäter fangten jungs jungs mädchen so das war der letzte auftritt jetzt will ich bitte alle finalisten ich mache erst mal ein voting wird jetzt erstmal alle kleinsten wissen erst mal alle alle bitte sternlos werden so da mache ich mal ein kleines voting auf ich bitte dann alle finalisten auf die bühne zu gehen so wir machen dann so vote aus lehrzeichen und dann war der huu oder vote also ausrufszeichen vote lehrzeichen dann wer war noch im finale ja es beginnt ab jetzt so kannst du mich frei machen ich kann nicht warten wieso kriege ich wieder sterne was schwer aber mit nicht mit ae hochenbogen schon für sie selbst geht natürlich noch so also mein favorit ist der herr war der hu der war für mich schleifen war schon und ein typ war davon und ein vier wochenbogen so noch mal ich schreibe das ja okay so ich möchte jetzt ansehen verstehe ich immer noch ich bin frei denn die frau wie so komisch lang muss das dann ausgewertet werden so und was denn die lobby jetzt nicht im chat ist lkw ausrufszeichen vote lehrzeichen und dann war schwer wochen oder war da gut ich bin der mann aufgetrunken wie sexy aber was war war sehr gut sehr gut aber man muss da gehen rockenbogen scheiße ja mich ein bisschen fuß von der supertalent war so in der hat mich wohl genannt genau ich bin so haben jetzt alle abgestimmt johann ok alle haben abgestimmt kommen wir warten mich auch ab so wo 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 aber ich glaube ich glaube ich glaube ich muss klein schreiben ich glaube so wenn er nicht sicher na gut dann na gut dann ja so okay du wirst kam okay dann wird es geschlossen weil ich so und kopf pro her vermut waren hoffen so jetzt gut gut freie dort freie denn die probleme so warum hälfte fließe aber nicht na gut so sie waren aber stark gewonnen anhand der auswertung ich bin auch so 10 so wie viele waren denn jetzt über natürlich auf youtube welche auch so ein kleines worte machen wer so gewinnt so bei der hohe hat ein stimmen ein stimmer wobei stimmen so war der wort zwei stimmen dann ein paar küsse hat 1 2 auch zwei stimmten noch ein bogen wochenbogen er hat für sich jetzt gewartet ob er auch zwei stimmten das wollte ich nicht ich bin 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 wir sind wir sind sechs leute und das wird dann noch um heute wessen ist er ist keine es kann ich sein hier hast du doch hätte ich stimme hat ihn wenn ich abgestimmt ich werde nicht abgestimmt 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 okay okay damit hat er gewonnen damit hat er gewonnen denn ein back user hat noch in letzter sekunde für gewartet dafür möchte ich eine siegesrede halten ja bitte halten sie ihre rede ich möchte als die gefühlt der noch nicht noch nicht bitte nicht in Farbe schreiben so an ja und schluss aber nicht nein so umtreten was da auch zu erinnern er hat kommen guck auf ich bin jetzt bei der alle kann alle kandidaten kommen alle kandidaten bitte auf die bühne wir haben uns noch letzten worte war der gut an wird verspärchen runter vom opfer so alle kandidaten wird auf die bühne ich bin auf dem dach gespawnt warum fahren auf dem dach und springen runter einster rochenbogen hör auf na gut dann bitte herr walterhu halten sie ihre rede als siegesunde möchte ich das lieblingsessen und deutschlandes repräsentieren natürlich ist das ein chicken natürlich ist das ein chicken ok jetzt alle leuchtpacken kommt noch zum abschluss alle leuchtpacken so meine damen und herren das war's jetzt ich hab's hat niemanden getroffen na gut aber das war's jetzt mit der gta 5 online talent show war keine talent show besser genau zu sein ich verabschiede mich jetzt hier luca verpiss dich luca man habe ich noch jemand abgekleidet ich verabschiede mich an dieser stelle glückwunsch an war der hu unseren gewinner bis ich war zu platz 2 so glückwunsch an den gewinner glückwunsch auch an alle finalisten ich bedanke mich fürs zusehen habt einen schönen tag auch irgendwelche abstellten worte kleine waschbär wow war das scheiße so ich bin raus bis dahin Koffein und tschüss